Glas. Warum braucht ihr denn so lange mit dem Glas da? Hä? Sagt doch 1 zu 4. Glas. 1 zu 4, warum? 1 zu 3. Ja, das ist Marble Whispaint. Okay, komisch. Ah, ich pack den Rest mal da rein. Wird das schon irgendwie mit klarkommen. Verstehe ich es jetzt nicht ganz, aber naja. Die Villager muss ich auch noch machen. Die Villager, die Villager. Aber ich habe beide Glas mit. Ja, und das. Also das is quite clear. Machen wir da. Da und da. Können wir die Tee machen. So, dann haben wir jetzt so die Tanks. Hatte ich hier noch was da? Nein, 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 nein. Nö. Ich hätte höchstens nur noch das hier, wo ich... Aber da kann ich Glowstorm Paint nehmen. So. Kann ich nämlich den Rest hier... Zumindest das kann ich voll machen, okay. Bin ich grad am Schauen, dass da... Ach, die... Hier geht die Decke tiefer, oder was? Yo. Okay, da können wir... Das hier alles reinführen. Das ist dann natürlich gut. Da... Du bist jetzt ein bisschen... Haarig, wie wir das machen. Sehr. Ein bisschen Fruchtjuice. Man muss Biomasse produzieren. Ich da hingegen hab's schon wieder vergessen. Was sind das hier? Die... Standard Fluid, ne? Keine Standard Fluid Pipes mehr. Oh, 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 oh. Nicht unterdecken bleiben. Fluid. Ne, ich brauch die hier. Dankeschön. Da können wir gleich mal eins... Zwei... Drei... Packen wir mal vier, sechs da rein. Komm mal, wenn euch darfst. Oder ist er noch welche beobuchen? Ja, mit der Lava hat die auch noch was vor. So ein bisschen so heizen, sag ich mal. Aber das weiß ich noch nicht, wie das alles machen werde. Das ist alles eine Überlegungssache, was wir noch so ein bisschen... Heiz-mäßig anstecken kann. Aber wie gesagt, ich will ja auch noch... Gucken, dass ich... Ähm... Diese Produktion mache. Ach, wo will ich denn da mit hin? Das hat da, ähm... Ein bisschen die... Scrapbox-Produktion müssen... Danke, dass du jetzt verschwindest. Und nicht erst zehn Milliarden Jahre später. Denn hier muss nur Strom hin. Da brauche ich auch nicht mehr, da brauche ich auch nicht mehr. So. Hoffen, dass wir den... Händen da schnell rein kriegen. Ach, das ist extrem schnell. Was weiß ich mir, was produziert der da rein? Das wird Biomasse sein. Dann ist es zu hell. Äh... 4.250. Das sieht genauso aus wie Biomasse. Wir warten mal ab. Ähm... Also ich kann definitiv hier zumachen. Ähm... Oder? Warum hat er... Das ist ja... Warum hat er gleich zwei hier? Das muss Biomasse sein. Die... Wenn man sieht, der Unterschied... Die ist heller da oben. Aber ich bin mir nicht... Ich bin mir ehrlich nicht sicher, ob das Biomasse ist. Können wir mal gucken. Hat er ein bisschen gemacht? Ja, hat er immer noch nicht aus. Bis dann im Moment warten. Das ist das. Das läuft. Okay. Stromkabel da. Da kann man einfach... Oder den Strom nehmen. Ich hoffe es einfach mal. Ich werde es jetzt noch nicht zu machen. Wird da auf eine Nummer sicher gehen. Und wenn es dann so weit ist, dann machen wir es zu. So, ich frage, was machen wir mit dem Zeug? Äh... Was wollte ich da mit antreiben? Ah, den Generator. Stimmt. Oh ne, das muss sein. Da brauche ich jetzt. Ah, egal. Egal. Macht nichts. Kann man einfach so machen. Okay, produzierst du den jetzt schon wieder? Ja. Er produziert. Wird natürlich jetzt ein bisschen voll laufen. Und hast du jetzt... Und hast du jetzt was produziert? Ach, so. Er muss ja rüber pumpen. Okay. Okay. Naja. Ne, das passt schon. Ich vertraue dem Zeug mal. Wir machen es einfach zu. Ich habe nur keine Dinger mehr. Ich kann die nehmen. Das sind nur Facettes. Das ist nicht meine Sache. Wir machen einen. Ein Paint. Hä? Der ist doch Paint, glaubst du? Und dann hat er... So, so. Warum? Okay. So, die da rein machen. Dann halt da rein. Bräuchte noch von der Ahnung welche. Okay. Hier kann ich, glaub ich, auch zu machen. Du bist... Marble. Da auch noch die. Die ist so. Jetzt haben wir noch... Die ist so. Mein Gott. Das ist ein bisschen verwirrend. Jetzt hocken drei verschiedene Sachen drauf. Das ist natürlich geil. Ja, soll er produzieren? Nein. Also kriegt er natürlich Probleme da um. Beziehungsweise zieht viel, viel ab. So, wir sehen. Und den stöcke ich mal auf. Ich lasse noch einen Ersatzwand. Der gleiche gilt auch für hier. Okay, wir machen mal einen Satzwand hin. Schmeißen wir jetzt mal das Zeug raus. Genau. So, hier sieht's aus, als es voll ist. Das ist dann... Wie geht dann? Die Ersatzweise, die geht ja auch wieder kaputt. Ich will nur überlegen, mir eine neue zu machen. Die nicht so schnell abbaut. Ich will aber folgen länger. 20 Minuten, okay. Ne, da mach ich auch keinen Rand. Beides getrennt auf beiden Seiten. Das ist ein bisschen näher geworden. Ich müsste eigentlich das nach vorne ziehen. Alles nach vorne ziehen. Lass mal so. Ist okay. Ich brauche ihn nicht unbedingt. Ähm, was jetzt rum geht, ist noch das da. Tschüss. Tschüss. Erstens, wohin mit dem Tank. Das würde ja so sein, dass ich eventuell sage, okay, ab hier, ab da. Wenn du drüber bist, dann hau mir das Zeug weg. Und schickst mir in den Container rein. Aber da muss ich mir überlegen, wohin damit. Das ist die Frage. Und das wäre jetzt erstmal geschafft. Also ich habe einen guten Durchgang. Hm, ich muss noch Trap Doors bauen. Trap's, Carpenter, Trap's. Ich will den Boden mit Carpenter. Carpenter. Ich weiß gar nicht, wie groß das war. Wir machen erstmal. Können wir irgendwie ein paar mehr brauchen. Ich weiß nicht, wie viele. Im Endeffekt. Machen wir noch zwölf Stück. Weil die 3x3 ist, ist natürlich ein bisschen blöd. Aber das kriegen wir hin. Vielleicht können wir auch. So. Okay. Ähm. Dann machen wir das in die Länge. Das heißt, der hat hinzugemacht. Scheint, dass er die nicht connectet. Oder vielleicht werden wir mit dem Hammer oder so drangehen. Ja, wir können ein gutes Aussehen geben hier. Das vielleicht da hin. Und so. Vielleicht den auch noch. So. Ja, das lassen wir eindeutig. Okay, das lassen wir. Und das ist ganz gut. Da kann man immer noch brauchen. Ich weiß es noch nicht. Mal schauen. Okay. Die Decke geht genau mit den Dingern zu. Ja. Das heißt, wir wissen das auch nicht abkovern. Mal schauen, was die. Können wir jetzt sagen. Oh, die Painting Blocks. Hallo. Hallo. Danke. Mh. Konduits. Ne. Ich nehme erst einmal die hier. Und würde gerne den Block da reinkriegen. Da schwerbt die Mauer. Oh. Alles klar.